Musik Diese charaktervolle und architektonisch einzigartige Villa befindet sich in der Nähe des Yachthafens von Port Adriano in erster Meereslinie mit einem fantastischen Blick über vorgelagerte Inselgruppen. Musik Das 1300 Quadratmeter große Grundstück in absoluter Südlage hat einen direkten Meerzugang. Hier kann man alle Vorzüge des mediterranen Lebens geniessen. Musik Dieses Anwesen mit einer Wohnfläche von ca. 450 Quadratmetern ist über eine private Zufahrt zu erreichen. Beim Betreten dieser Villa gelangt man über eine helle Eingangshalle mit Gäste-WC in das geräumige und durch hohe Decken und einem Kamin ausgestattete Wohnzimmer. Musik Das Wohnzimmer führt in ein Esszimmer und ein weiteres, kleineres Wohn- oder Fernsehzimmer. Musik Im Obergeschoss befinden sich drei geräumige Schlafzimmer mit Bad en Suite. Alle diese Zimmer verfügen über einen Balkon- oder Terrassenbereich mit fantastischem Meerblick. Musik Für ausführlichere Informationen wählen Sie bitte die eingeblendete Rufnummer unseres Service-Centers. Musik 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 Musik